Ich habe noch eine kleine Geschichte mitgebracht. Wollt ihr die hören? Ja. Gerne. Vielleicht. Wenn es gut ist. Okay. Diese Geschichte handelt wie ein kleines Mädchen. Und dieses kleine Mädchen hat ein dunkles, sehr dunkles Geheimnis. Was können Kinder hier? Kinder hier? Ja. Also erzähle ich diese Geschichte für euch. Was können denn Kinder für dunkle Geheimnisse haben, wo Kinder im Raum sind? Zum Beispiel? Wir haben ein Barbie-Kleid geklaut. Wir haben ein Barbie-Kleid geklaut. Von der großen Schwester. Von der großen Schwester. Sie haben ein Barbie-Kleid geklaut. Wie heißt das Mädchen? Rosalie. Rosalie. Das ist die Geschichte von Rosalie. Rosalie. War ein kleines, glückliches Mädchen. Sie lebte in Berlin. Eine Stadt so groß, dass Rosalie nie verstand, wo Berlin anfing und wo Berlin aufhörte. Irgendwie war doch alles Berlin. Manchmal fragte sie ihre Eltern. Papi? Ist das auch noch Berlin? Und ihr Vater sagte. Auch das ist noch Berlin, mein Kind. Und dann war Rosalie glücklich. Weil ihr Vater ihr die Welt erklärte. Ihr Vater erklärte ihr immer die Welt. Ihr Vater wusste auf alles eine Antwort. Eines Tages fragte Rosalie. Papi? Was machst du eigentlich beruflich? Was machst du eigentlich beruflich? Und da sagte ihr Vater. Mein Kind, ich arbeite in der Sparkasse. Was? Da runzelte Rosalie die Stirn und nickte. Sie fragte nicht weiter. Ihr Vater hatte ihr eine Antwort gegeben. Es war an einem dunklen Novembertag. Es war regnere Straußen und leichter Nebel in den Straßen von Berlin. Und Rosalie ging mit ihrem Vater, Paul, hieß er, durch die Straßen. Er hielt sie an der Hand. Und Rosalie blickte immer wieder zu ihm hoch. Während sie durch die Straße lief. Durch die Nebel. Leute gingen an ihm vorbei. Streifte Rosalie manchmal. Weil sie so klein war, wurde sie manchmal nicht gesehen. Das ärgerte sie. Wenn man so klein ist, wurde man häufig nicht gesehen. Die Leute wichen nicht aus. Und ihr Vater merkte gar nicht, dass sie immer angeregt wurde. Und der Vater war sehr groß. Er merkte es immer gar nicht. Wenn Rosalie angerimmt, der Trude. Oder wenn große Hunde an ihr vorbei. Der Vater zog sie einfach durch die Stadt. Denn er war ein zielstrebiger Mann. Er wusste, dass es wichtig ist, Ziele zu haben im Leben. Und das wollte er ihr beibringen. Quasi implizit. Sie sollte erleben, wie es heißt, ein Ziel zu haben. Aber was sie dabei nur erlebt, war... Dann kam sie an. Sie waren durch die Nebel an ihrem Ziel angekommen. Ein kleines Kaufhaus für Kinderkleidung. Der Papa hatte nicht so viel Zeit. Und so hatte Papa Paul seine kleine Rosalie mitgenommen und ging mit ihr in den Laden. Und sie durfte sich ein Kleidchen lassen. Sie stöberte in den Kleidern und wühlte drin rum, voller Spaß und Freude. Und stellte sich schon vor, wie sie drin Angst zu haben. Sie hatte sehr viel Spaß. Und der Papa stand neben ihr und sagte, Rosalie, mach das nicht! Nicht drin rumwühlen! Entscheide dich für etwas! Die Leute gucken schon! Und die kleine Rosalie wüht, aber trotzdem immer weiter. Und holte sich das Kleidchen dran und schaute zu ihrem Papa hoch und sagte, Schau, Papa, steht mir das? Denn sie fragte ihren Vater immer. Und sie wusste, dass er die richtigen Antworten sagte. Und so sagte er zu ihr, Ja, Rosalie, das sieht gut aus. Ist es das jetzt? Ja? Aber in dem Augenblick geschah etwas. In dem Augenblick geschah etwas, was alles verändern sollte. Durch die Eingangstür des kleinen Bekleidungsgeschäfts kam ein anderer Vater und seiner Tochter. Die kleine Sabine. Und die kleine Sabine hatte ein wundervolles Kleid an. So wunderwunderschön mit kleinen Blümchen drauf und Applikationen und Seitengestücke und Rüschen an den Ärmelchen und kleinen Taschen, wo sie ihre kleinen Händchen reinstecken konnte, wenn sie so weiter lief. Hinten war ein kleines Band, was sie zusammenbinden konnte zu einer Schleife, was dann hinten lustig auch hin und her schwang, wenn sie lief. Es sah einfach süß aus. Unglaublich schön. Die kleine Sabine war sehr stolz auf dieses Kleidchen. Sie wusste eigentlich gar nicht, was sie in diesem Laden sollte, denn sie hatte ja schon das Schönste an der Kleider an. Und genau das dachte sich auch Rosalie. Sie sah das Mädchen in dem Kleid, schaute zu ihrem Papa hoch und sagte der Vater blickte nach unten und wusste Scheiße. Scheiße. Das geht nicht gut aus. Rosalie blickte ihn weiter mit weinerlichen Augen an, Tränen nur gar nicht runterzulaufen. Kleine Sabine. Sie wusste, was Sache war. Ihr wurde unwohl. Sie zog an der Hand von Papa. Papi, kann mir doch gehen? Bitte. Ich will wirklich kein Kleid. Es ist alles okay. Ich habe doch das schönste Kleid der Welt an, Papi. Wirklich. Lass uns gehen. Können wir nicht ins Kino? Und dann geschah es. Roswitha rannte los. Kronja durch den Laden. Rosalie. Die sich manchmal auch Roswitha nannte. Vor allem, wenn sie so drauf war wie jetzt, wurde sie zu Roswitha. Sie wurde zu einem quasi Monster. Sie sprang das Mädchen an. zarte an dem Kleid und schrie halt. Roswitha ist das wunderschönste Kleid. Und das andere Mädchen versuchte zu entweichen und auszuweichen. Aber die Hände klammerten sich an ihrem Kleidchen fest. Und dann riss der rechte Ärmel. Dann riss hinten das Schleifchen. Und Sabine fängt an zu weinen. Und Rosalie, die immer noch quasi Roswitha war. Dieses Chaos, diese Urkraft, diese Gewalt, die da im Zentrum war, fegte alles hinfort, was irgendwo greifbar war. Alles wurde eingesogen in diesen Tornado, diese Kräfte, diese geballte Urkraft, diese Wucht, die eigentlich unbeschreiblich ist, die sich dort um etwas Kräftiges balgte und zerrte. Und am Rand standen sich zwei Männer gegenüber, die sich nur wissend anschauten und zunigten. Und beide dachten, scheiße. Applaus Vielen Dank.